Ja, noch ein Stück, noch ein Stück, noch ein Stück, noch, noch, noch ein Stück, noch, stopp, ey, au! Was machst du? Jo Leute, heute seht ihr den Auto angefahren Prank, viel Spaß damit. Noch ein bisschen, noch ein bisschen, noch ein bisschen, oh, ey, das war, das war zu weit, oh shit. Ich hab damit nichts zu tun. Hey! Hallo! Also, ich schreibe mir sowieso deinen Ding so auf hier. Bleib stehen. Ich schreibe mir eh dein, dein... Was ist denn passiert? Der hat eben gerade mein Auto geroben, falls du dich gemerkt hast. Oh mein Gott! Ja, oh mein Gott! Ich hab nichts gesehen, okay? Ja, es ist mir scheißig an, ob du passen hier noch so hoch war da dran. Sie sind rückwärts gefahren, das habe ich gesehen. Der Wagen hat gestanden, ich hab doch schon den Wagen aus. Nee, das ist ja... Oh Mann! Du hast eben gerade gesagt, du hast nichts gesehen. Nee, jetzt, nee, wir machen so, dass er rückwärts gefahren ist. Weil, das geht ja sonst nicht. Das ist ein Autoverbot. Ja, das... Warum fahren sie rückwärts? Was macht ihr das? Was wird das, was ihr macht? Komm, wir gehen direkt zur Polizei. Wir gehen direkt zur Polizei. Na, da krieg ich so einen Halt. Ja, dann machen wir gerade und gehen direkt zur Polizei. Ja, da verlieren sie, aber wir sind zwei Zeugen gegen einen. Das ist mir so scheißegal. Egal, jeden Tag, dass du noch gesagt hast, du hast nichts gesehen. Ey, 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 ey. Was ist los, Digga? Lass abziehen, Mann. Was hast du gemacht? Bitte, Mann, lass abziehen. Ich hab ein Auto angefangen. Bitte, komm. Auf dem Parkplatz hier? Ja, Mann, so ein Nissan. Nissan? So ein Geländewahn, keine Ahnung, bitte. Bitte? Weißen Nissan? Nee. Nee. Gut. Doch, das ist ein weißer, ja. Oh Mann, Alter. Irgendwas, Mann. Ich hab mein Auto weggestellt auf. Das ist genau meiner. Können die zehn Euro oder so sehen? Was? 20 Euro, das ist ein Kratzer hinten. Nee, der wird komplett repariert. Der ist frisch. Der ist 800 Kilometer alt. Den können wir grad reparieren. Meintest du nicht GTA, das Spiel, das du jemand angefahren hast? Ja. Naja. Da warst du ein Missverständnis. Nee, ich hab eben in ein Spiel, hab ich ein Auto angefahren. In so ein Online-Spiel. Das spielen wir auf dem Handy. Ich frag mich jetzt halt, mein Freund. Nee. Dann lass jetzt gehen. Das war ein GTA. Ja, das war ein GTA. Echt jetzt? Ja. Ey, dann lass abziehen. Du hast Zufall, dass es selbe Nummernschild ist. Nein, das glaub ich dir nicht. Nee. Das glaub ich dir nicht, Mann. Noch ein Stück. Stopp! Stopp! Junge! Junge! Scheiße! Hey! Was machst du denn da? Junge! Was machst du denn? Scheiße, Mann! Hey! Du bist in mich reingefahren! Wieso? Ich stehe hier! Du bist so! Hey! Ich bin nicht so! Ich bin hier! Gestanden in der Kasse. Erzähl dir nichts! Mann! Du bist in mich rein! Scheißdreck! Guck mal hier! Was ist das, Mann! Du! Reingefahren mit lange! Kannst du nicht fahren oder was? Ich habe gesehen! Du bist gerollt nach vorne! Ich habe gefahren! Ich mache Foto! Ich mache Foto! Ich mache Foto! Und dann? Polizei! Polizei ist hier! Polizei da! Ich gehe jetzt hin! Ich gehe jetzt hin! Kommst du mit! Kommst du mit! Hey! Erzähl mir nichts! Was für ein Cabrio! Ey! Hä? Der ist in den Cabrio reingefahren! So ein Bema, ja! Wir kommen gleich raus! Ich hole meiner Mutter noch wahrscheinlich auch die Ideen! Hau einfach ab, Mann! Nee, kam keine Durchsage! Guck mal, die Blut! Was? Sexy! Er sagt, er soll einfach abziehen! Nee! Was hat denn der für ein Kennzeichen? F***! Sie macht nichts! Soll ich nichts gut verstehen? Verarsch mich nicht, komm! Sache ist Kennzeichen! Was? 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 Hau rein! Schauen Sie mal! Wir drehen da vorne mit versteckter Kamera! Was? Was? Hallo die Pelle! Ich krieg dich jetzt mal! Du Arschloch! Danke fürs Zuschauen, Freunde! Das war's mit dem Video! Wir sehen uns beim nächsten Mal! Bis dahin! Wir sehen uns beim nächsten Mal!